Okay, wie hast du mich letztes Mal herausgefordert? Fordere mich nochmal heraus. Und ich brauche, ich brauche Musik dafür. Ganshari möchte ein Freund werden, okay? Fordere mich heraus. Gegen einen Freund spielen. Ganshari. 490? Ich bin 537. Das erste Mal hattest du noch einen höheren Score, aber jetzt habe ich die Nase vorn. Herausforderung ist nicht möglich, da entweder du selbst oder Ganshari gerade spielt. Keine 3 Minuten, 10. What the fuck, wir spielen in 3 Minuten, das ist ja crazy. Okay. Hm. Hehe. Ich habe ein paar richtig krasse Moves gelernt, Digga. Yeah. Dankeschön. Danke. 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 Karena ja. Jennifer. Danke. 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 Amen. Jetzt haben wir überlegen Zeit, jetzt haben wir überlegen. Oh, oh, ey. Füttert er den einfach? Wieso füttert er mir den? Bang. Warum füttert er den? Warum verfüttert er den? Okay. Gratis Bauer. Sag ich nicht nein. Sag ich nicht nein. Sag ich nicht nein. Bang. Weil du jetzt hier meinen König Schach hast. Weg mit deiner Kuh. Oh. Ich verstehe. Wenn ich den jetzt hierhin packe, dann kommt der da angesaußt. Und dann steht er hier unter. Aber das kann ich verhindern. Das ist okay. Aber ich verliere meinen Bauern. Also haben wir einfach nur getradet. Warte. Was ist hiermit? Nein, doch. Ja, ist okay. Wenn er den nimmt, kann ich nicht dagegen tun. Ich glaube, das war ein Fehler. Warum hast du den Bauern nicht genommen? Haha. Deine Queen gehört Meergranche, Ari. Wo bist du mit dem Kopf, ha? In deinem Arsch? Oder in der Toilette? Keine Ahnung. Auf jeden Fall spüle ich. Fehler passieren dem Besten. Das ist überhaupt kein Problem. Vielleicht kannst du das ja noch rumreißen. Nachdem die wichtigste Figur auf dem Feld getötet wurde. Okay, nicht zu viel, nicht zu groß konzentriert bleiben. Bang. Wir setzen sein Pferd unter Druck. Er kann mein Pferd nehmen, aber dann nimmt der Bauer sein Pferd. Jetzt, wo ich Material habe, mehr Material als er, können wir so viel tauschen, wie wir möchten. Wir haben die Queen. Okay, er setzt jetzt hier den Boy unter Druck. Aber, wenn ich jetzt einfach diesen Bauern hochziehe, was will er tun? Wenn er hier angreift, nimmt er einen Bauer. Wenn er mit dem Pferd schon diesen Bauer angreift, dann BABAM! Kommt ein Bauer, der den Bauern rettet. Ich könnte meinen Läufer hierhin machen. Dann ist der König Schach und muss sich bewegen. Ja. Das war's. Okay, wartet. Hier wartet. Hier ist ein großes... Okay, wartet. Chat. Wartet, wartet, wartet. Ich geh hierhin. Er frisst. Ich komme. Er schach. Aber wo will er hin? Er kann überall hin. Nein, okay, wartet. Wir machen's so. Ich setz das Pferd unter Druck. Bang. Bang. Nein. Läufer setzt Pferd unter Druck. Pferd muss wegspringen. Aber wohin will das Pferd springen? Will das Pferd hierhin springen? Stirbt es. Will das Pferd hierhin springen? Stirbt es. Will das Pferd hierhin springen? Geht nicht, da ist es besetzt. Also will das Pferd hierhin springen. Das ist die einzige Möglichkeit. Und hier kann mein Pferd das Pferd snacken. Wird dann vom Bauern gesnackt. Wird dann... Nein, nein, nein. Noch besser. Pferd springt hierhin. Läufer schlägt Pferd. Bau... Läufer schlägt Pferd. Bauern schlägt Läufer. Pferd schlägt Läufer. Pferd schlägt Bauern. Turm kommt angerast und killt mein Pferd. Nein. Turm kommt angerast und killt meinen Läufer, der da jetzt steht. Das ist zu viel auf einmal. Es sei so kompliziert. Okay, hold up. Chat, ganz ruhig. Wir lassen uns einfach nicht darauf ein, okay? Wir lassen uns einfach nicht darauf ein und gucken, wer darauf reagiert. Wir spielen sein Spiel nicht mit. Wir spielen sein Spiel nicht mit. Right. Ich würde gerne mit der Queen Hirn ziehen und dann nach da oben, weil ich dann hier mehrere Sachen unter Druck setze, die er nicht verteidigen kann. Das scheint mir ein guter Schachzug zu sein. Egal wo das Pferd hin hüpft, es wird sterben. Wenn er den zieht, muss ich nehmen. Und gewinne das sogar. Das ist okay. Ja, ja. Nächster Zug. Queen. Bang. Oh, oh, oh. Er ist jetzt hier bereit zum Angriff. Aber, das ist kein Problem. Wir gehen hier in den Chat. Bang. Weißt er schon, was für eine Gefahr hier schwebt? Weiß er nicht. Wartet. Er kann hier nehmen. Oh, er macht mir eine Rechnung kaputt. Meine Dings kaputt. Was ist, wenn ich hier rein, Yolo? Nee, 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 nee. Keine Chance. Ich meinte, er nimmt den an und ba... Nee. Du Ficker. Du willst kämpfen, Digga? Lass uns kämpfen. Pferd hierhin. Dann kann ich den Turm unter Druck setzen und gleichzeitig den Läufer. Ich forke ihn. Hm. Gibt es erst was, was er gegen Natur... Nee, er kann nichts dagegen tun, Schatz. Mein Pferd ist jetzt volle Kanne drin hier. Er kann seinen Turm nicht retten. Sein Turm gehört mehr. Was hat er gemacht? Pferd hier, Pferd stirbt. Pferd hier, Pferd stirbt. Pferd hier, Pferd stirbt. Hm. Das ist keine Bedrohung. Los, mein Pferd. Nimm seinen Turm. Wir haben noch fünf Minuten Zeit. Wir müssen ein bisschen schneller werden. Wir können den Bauern noch umziehen, um das Pferd unter Druck zu setzen. Wartet mal. Was hält mich davon ab, jetzt einfach so zu machen? Gar nichts. Aber der Turm war wichtiger als das Pferd, Schatz. Ist gut, dass wir den Turm genommen haben zuerst. Pferd könnte auch hierhin springen. König gleichzeitig... Oh mein Gott, Schatz, das ist der Ultrazug. Pferd springt hierhin. Dann scha... Kannst du auch für... Was willst du denn da? Weg mit dir. Pferd springt hierhin. Dann König ist unter Schach. König muss weg. Dann, wenn König sich verzieht, habe ich einen Gratis-Move und kann damit den Läufer holen. Und nicht so niemand kann mich aufhalten. Pferd hier, Pferd da. 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 Hä? Fuck you! Fuck you! Tu mir jetzt auch? Nein, wenn er meinen Turm nimmt, kann ich mit meinem Turm seinen Läufer wegsnacken. Dann tauschen wir. Wenn er da jetzt rein in die Holung möchte, tauschen wir. Die Bauern da vorne nerven. Vielleicht sollte ich meine Bauern reinschicken. Ähm... Was war das? Oh, mein Pferd. Ich passe nicht auf, Chat! Warum pass ich mir nicht auf? Oh mein Gott. Mir ist schlecht. Mir ist schlecht. Mir ist schlecht. Ich verliere noch! Nein, verliere ich nicht. Ich werde das nicht verlieren. Bam, bam, bam. Bam. Bam, bam, bam. Das ist der Schacht. Das ist der Weg jetzt. Benutze unsere Bauern. Den kann ich auch noch sacrificen? Bam? Nein. Nein. Hä? Seit wann steht das da so? Ich kann nicht... Ich hab falsch geguckt. Ich hab falsch geguckt. My bad. Ich geh hier hin. Er nimmt. Ich nehme. Er nimmt. Ich nehme. Er nimmt meine Queen. Nein. Dann zieh ich einfach meine Bauern weiter nach oben. Ja. Wir müssen ein bisschen schneller schmähen. Ich denke zu viel nach. Lass uns ein bisschen schneller machen. Ja. Ich nehme. Ich nehme. Dann zieh. ân wir. Warte, was habe ich gemacht? Er hat meine Queen genommen? Hä? Ich dachte... Hä? Ich dachte, er kann nur nach rechts? Die Musik macht mich auch richtig körre, Mann! Ich kann mich konzentrieren, so! Oh mein Gott, mir wird schlecht! Hör auf jetzt! Hör auf, mit mir zu reden! Ich muss mich konzentrieren, Chat! Ich hab alles im Griff! Fuck you! So, ich zeig euch jetzt, wie das geht! Dude! Hör auf! Ey, jetzt ist spät! Ich hab gehunger! Ich hab die ganze Zeit nichts gegessen! Er hat hier viel mehr Manpower als ich, aber ich tue so, als ob ich irgendeinen Plan hätte! Den kann ich jetzt nicht nehmen, aber ich muss ja mit dem König blocken, oder so eine Scheiße! Er nimmt, ich geh zur Seite und blocke dem den Weg! So! Ja! 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 Ja, wie sie darf ich nicht? Fuck it! Ach so, weil er dann hätte springen können, ja ja, ja ok! Ja, ja! Wenn ich hierhin geht! Gehe ich hier hin! Oder ich gehe hier hin! Wenn er nimmt! Bam! Wo ist mein ganzer Vorsprung hin? Warum bin ich so kacke? Ich lasse mich nicht besiegen von dir. Tja, ein netter Schachzug, aber mir egal. Jetzt guckt mein Turm direkt auf dein scheiß Pferd. Wir können Bauern pushen. Wir können einiges. He takes, I take. Und danach Druck auf den King. Der da ist gerade nutzlos. Der kann gar nichts machen. Was hat er dir vor? I don't know. Bang. Er ist jetzt zum ersten Mal mit der Zeit unter mir, Chad. Alles gut, er ist mit der Zeit unter mir. Wir machen das. Wenn ich das Pferd nehme, killt sein König meinen Turm. Und ich glaube, ein Turm ist wichtiger als ein Turm ist wichtiger als Dingens- Das ist nicht schlimm. Wenn er jetzt hier ankommt, bam. Alles gut. Er versucht mich die ganze Zeit zu checken. Das war ein Fehler. Was war das? Okay. War vielleicht doch kein Fehler. I don't know. Wartet. Mein Turm. So. Könnt ihr jetzt so machen? Aber. Wenn ihr hier den Bauern holt. Was hol ich mir dann? I don't know. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Weiß ich noch nicht. Ich bin mir nicht sicher. Check. Nein, nein. Das war dumm. Oh mein Gott. Warum bin ich so... Ah! Chip, hör auf! Du kannst das nicht mehr gewinnen, Ganchari. Du weißt nicht, mit wem du es zu tun hast. Ich bin nicht gut unter Druck. Hauptsache, wir sind schnell. Hauptsache, wir sind schnell. Ich könnte den haben. Bam. Er muss sich bewegen. Er muss sich bewegen. Wieso decken die sich alle untereinander? Mach doch ohne Strategie, du Hund. Hauptsache, wir sind schnell. Hauptsache, wir sind schnell. Hauptsache, wir sind schnell. Der Rest ist egal. Der Rest ist actually egal. Das habe ich nicht gesehen. Fuck off. Okay. Hauptsache, wir sind schnell. Hauptsache, wir sind schnell. Oder? Als ob ich deinen blöden Bauern da durchlaufen lasse. Für den Denken, für den... Denkst du, wer ich bin, oder? Oder? Ich mach's kaputt. Er hat nur 30 Sekunden. Er hat nur 30 Sekunden. Wenn er wichtig ist, gewinne ich. Er hat 30 Sekunden. Ich gewinne dich Zeit. Du versuchst, den Unentschieden zu erwirken. Aber mach ich's nicht mit. Mach ich's nicht mit. Soll ich nicht den selben Move immer wieder wiederhole? Gewinn ich. Ich gewinne. Du hast 20 Sekunden, ich hab 30. Das schaffst du nicht. Das schaffst du nicht. Schaffst du nicht. Oh, oh. Schafft er? Nein, schafft er nicht. Das schaffst du nicht. Ja, nur 4 Sekunden. Ich hab 12. Ja, 4 Sekunden nur noch. Hä? Wieso unentschieden? Was? Nein! Er hat eine Sekunde noch, bro. Er hatte nur eine Sekunde, du dreckiger Hund. Du hast Glück, dass ich auf einem Auge blind bin und nichts gegessen habe. Und dass es so spät ist und sowas. Ich kann alles in die Kerze aufleinen, du Ficker. Das gefällt dir nicht in die Video. Das werde ich dir nie verzeihen. Ja, schafft er nicht. Untertitelung des ZDF, 2020